Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video. Eine ganz verrückte Idee habe ich mir jetzt mal so überlegt, weil irgendwie macht Zocken momentan keinen Spaß. Es gibt irgendwie kein Spiel, was mich irgendwie interessiert. Bzw. was mich interessiert, aber irgendwie sind die alle so langweilig. Ich weiß nicht, entweder werde ich alt oder spießig, keine Ahnung. Auf alle Fälle habe ich mir überlegt, komm, mach mal was ganz anderes, sondern also so Gaming-News habe ich mir so überlegt. Machst du mal so News, sammelst du mal so ein paar Tage irgendwelches Zeug, machst du so ein Video rein und freust dich. Hast du mal was, irgendwas gemacht? Also es ist vielleicht nicht perfekt, mein erstes Video, aber es wird bestimmt perfekt. Man kann ja ein bisschen arbeiten dran oder so. Ja, dann viel Spaß beim Anschauen und könnt ja mal so in die Kommentare schreiben, wie ihr es so fandet. Also, los geht's mit den ersten News-Nachrichten von mir. Muahaha. Viele von euch haben es ja mitbekommen, Rockstar Games hat bestätigt, es kommt ein neues Red Dead Redemption raus. Ähm, zwar erst Ende, also Herbst 2017. Ähm, ja, ganz cool, oder? Voll gehypt, hey. Ähm, kommt raus für Playstation 4 für die Xbox 1 und, ähm, ja, es ist natürlich wieder mal keine PC-Version angekündigt. Das ist ein bisschen traurig, aber die soll ja wahrscheinlich später kommen. Ne? Hoffen wir es mal. Also, es ist schon mal saugeil. Ein neues Wetterpredent. Machen wir was ganz Lustiges nebenbei. Star Wars, äh, also Lucasfilm, beziehungsweise Disney, hat eine Schule verklagt. Ähm, ich hab zwar sowas noch nie gesehen oder gehört, aber es gibt Schulen, da kann man, äh, Lichtschwertkämpfe, äh, lernen, wie man es richtig macht. Die unterschiedlichen Kampfstile und Bewegungen und so weiter. Also, coole Sache eigentlich, ne? Naja, gut, hier seht ihr so das Logo, was die verwenden, und deswegen wurden die verklagt. Irgendwie schon ein bisschen blöd, oder? Wegen so einem Logo wird eine Schule verklagt. Hm, aber cool, oder? Eine Star Wars Schule, wo man Lichtschwerderkämpfe lernen kann. Hm, fette Sache, oder? Richtig cool. So, dann noch was Erfreuliches für unsere Pokémon-Fans da draußen. Nämlich Pokémon Sonne und Mond, was ja eigentlich erst am 23. November rauskommt. Ähm, da kann man jetzt auf dem Nintendo 3DS ab sofort eine Demo runterladen und ein bisschen zocken. Auch cool, oder? Also, holt den DS raus und installiert erstmal Pokémon Sonne und Mond. Oder Mond, wie auch immer. Viel Spaß dabei. Hihihi. Jetzt was Erfreuliches für die Besitzer einer VR-Brille. Ähm, Serious Sam, VR The Last Troop, kann man jetzt bei Steam kaufen, für circa 30 Euro. Ähm, die erste Mission kann man zocken. Ist ein Early-Access-Teil, wie irgendwie alles auf Steam momentan, gell? Wissen wir ja schon. Ähm, ja, kann man nur zocken, wenn man nur HTC Wi-Fi hat, weil für die Oculus Rift gibt's noch keinen Touch-Controller. Und wenn die Touch-Controller draußen sind, dann kann man das auch mit der Oculus Rift spielen. Auch sehr schön. Ich hab leider keine Brille, sonst hätte ich's mir wahrscheinlich geholt für 30 Euro. Hm, naja, was soll's. Oceanhorn Monster of Seas hat die Millionenmarke geknackt und es soll eine Umsetzung für weitere Plattformen kommen. Also, was heißt weitere Plattformen? Eigentlich nur für Android, weil für PlayStation 4, Xbox 1, PC, Mac und iOS gibt's es ja schon. Also es fehlt ja eigentlich nur noch Android-Version, die bald kommt. Aber es könnte ja eigentlich noch für Nintendo oder so rauskommen, ne? Hm, der Zelda-Klon. Also, der Zelda-Klon gibt's bald noch für Android. Das ist, finde ich, auch ziemlich cool. Kann man so unterwegs auf dem Handy ein bisschen zocken. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und jetzt das Traurige zum Schluss. Naja, gut, eigentlich ist es nicht so traurig. Aber The Sniper, The Ghost of Year 3, verzögert sich ein bisschen. Normalerweise sollte das Spieljahr 2017, also im Januar, rauskommen. Jetzt erscheint's erst am 4. April für den PC, für die Xbox und für die PlayStation. Der Grund ist, die brauchen noch ein bisschen, also die Entwickler brauchen noch ein bisschen Zeit für die Optimierung vom Spiel, weil irgendwie haben sich zahlreiche Spieler und Pressevertreter irgendwie ein bisschen beschwert. Gab's davon eine Demo oder sowas? Hä, also, keine Ahnung. Also, ich hab nix von gehört, ob es man schon mal spielen konnte. Aber gut, lieber ein bisschen verzögert das Ganze, als würde da so einen unfälligen Mist auf den Markt geschmissen, wo man sich dann nur ärgert, weil man dafür Geld ausgegeben hat für ein Spiel, was total verpackt ist, ne? Ja, von daher, was soll's. Gut, das waren meine ersten Gaming-News und ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen gefallen, weil es ist noch nicht so ganz so professionell, aber ich arbeite dran, das vielleicht in Zukunft ein bisschen schöner zu machen. Wäre schön, wenn ihr mir den einen oder anderen Kommentar geben könntet oder so, das wäre schon ganz toll. Dann weiß ich, ob das euch gefällt und dann werde ich das vielleicht regelmäßig machen, so ein paar Gaming-News. Naja, gut. Also, ich hoffe, am Anfang war's okay und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.